Was? Ich soll mehr Videos drehen? Also wer mir auf Twitter folgt, kennt bereits dieses Foto. Das ist ein Foto von mir nach einer OP. Und zwar hatte ich hier an der Lippe eine kleine Zyste. Hat mir einen Zahnchirurg entfernt. Das war sehr nett von ihm. Und jetzt habe ich Nähte im Mund. Das sieht man vielleicht da. Die OP an sich war eigentlich nicht schlimm. Die Narkose war ein bisschen unangenehm. Die ging ja nämlich direkt in die Lippe. Aber dann habe ich nichts mehr gespürt. Das Schlimmste war die Warterei. Ich meine, man sitzt eine halbe Stunde im Warteraum. Und liest ein Buch. Und dann kommt eine Assistentin und sagt, ja bitte kommen Sie mit. Das System in Deutschland ist nämlich so. Es gibt mehr Behandlungsräume als Ärzte. Das heißt, man wird in einen leeren Behandlungsraum geführt. Zehn Minuten bevor der Arzt fertig ist. Man sitzt also zehn Minuten lang in einem leeren Behandlungsraum. Äh, ungefähr so. Hoffentlich am Freitag werden mir die Fäden gezogen und dann ist alles wieder in Ordnung. Und dann, wenn alles wieder in Ordnung ist, sehe ich wieder schön aus und dann kann ich mehr Videos drehen. Also, ran an die Arbeit. Also, ran an die Arbeit. Ich habe eine Bühne aus.